Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Was mir gerade aufgefallen ist im Menü, dass wir jetzt 10 Gitarren-Dinger haben und damit halt Tippmas spielen können. Ich glaube, das können wir auch so spielen. Ah, hier sehen wir... Aha! Okay. 5 Bananen können wir mit Diddy sammeln, 5 davon. Auf jeden Fall eine nice Sache. Aber die Kammer-Steuerung ist halt noch... Tschüss. Aua! Ach, das... Alter! Das Gebiss... Hi, mein Freund! Gucken. Und... Können wir nicht hier? Doch, können wir. Und dann kommen wir hoch und haben dann... Keine Ahnung. Oh mein Gott. Mal schauen. Da ist auf jeden Fall was. Treffen wir sogar. Okay. So eine Art Zunge vom Affen... Hier, ich gehe da ganz vorsichtig drüber. Und wenn, dann gehe ich da 10 Mal drüber. Ah, shit. Ich setze oben weiter. Ich gehe da noch weiter rum. Genau, dein... Dein Gebiss hatte ich schon. Da, mal diesen Move jetzt. Ja, man kann damit jeden Gegner ausschalten. Ist da oben noch was? Ja, da oben. Ist nur was. Das Problem ist wirklich diese Kamerasteuerung. Das muss ich mal gleich... Muss ich mir eben gucken, dass ich das irgendwie noch hinkriege. Also sie ist nicht ohne. Ich gucke mir leider etwas immer zu sagen. Aber ich kann da drehen und wie ich möchte. Das ist grauenhaft. Ah. So. Ach, Mann. So. Wenn ich jetzt hier so drehen will, komme ich zum Beispiel gar nicht mehr hier so rum. Und wenn ich die drücke, wo ich den eingestellt habe, wie gehe ich, geht er auch manchmal nach oben, nach unten. Das ist, äh, nicht geil. Naja, wir versuchen es. Da muss auf jeden Fall ein Feld. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Dass das kommen wird, dass irgendwas hier... Ist nicht ohne. Ich muss mir das auf jeden Fall nach der nächsten Folge mal optimieren. Eventuell, äh... Kann ich das mit dem anderen Controller, beziehungsweise mit dem, äh... Umstellen der Tasten ein bisschen ausgleichen. Hm. Das wollte ich nicht spielen. Jetzt haben wir schon zwei verbraucht. Gut, haben jetzt den Vorteil, natürlich, äh... Keine Gegner. Ist da auch noch ein Gang, der da runterführt? Ah, jetzt kriegen wir eine Forder... Boah... Oh, nicht ohne. Ah, hier können wir spielen. Hier dürfen wir spielen. Machen wir das nochmal. Nach oben, danke. Ah, das ist eine Eisfläche. Okay. Die jetzt zu Wasser wird, oder? Ja, sie ist zu Wasser geworden. Hi, hinter dir. Jetzt will ich natürlich hoffen, dass sie jetzt länger zu... Wasser wird, hier haben wir eine Triangel, okay. Aber wer könnte denn eine Triangel spielen? Sie vielleicht. Ah, hier will ich auf jeden Fall alles einsammeln. Einsammeln. Oh, Seestände, nice. Gefällt mir. Da können wir auch noch hoch. Upp. Äh. Ein Riesen-Man. Ja, Donkey Kong soll das wohl werden, ne? Ah! Kong, 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 Kong könnte es sein. Kong, ja. Sicher. Da müsste man vielleicht mit Donkey Kong auch so im Huf haben. Hier haben wir das. Können wir gleich den nächsten schon. Ich freue mich gerade so ein bisschen. Und... Und... Ah, das geht. Nice! Work, Diddy! Yay! Okay, und sie hat die lila Bananen. Okay, sie ist lila. Was hat sie denn wohl für eine Frucht? Also sie könnte vielleicht die Feder haben. Oder? Die Ananas... Na, wir haben ja noch so eine... So eine komische Pflaume, tippe ich mal. Na, Ananas und Feder, ne? Also... Ich würde auch Feder bei ihr tippen. Das ist auch nur so eine... Oh, Kamera. Auch nur eine Vermutung. Okay. Okay, hier ist der Clown noch. Ah. Und dann haben wir hier ein Minispiel. Okay. Ich würde mal das... Das Ding Wasser ablässt und wir dann halt... Mit ihm dann halt diesem Minispiel machen. Okay. Aua, der macht uns doch Schaden. Ich dachte, der macht ihr uns... Gar keinen Schaden. Dolle Knecht hier. Aua, ich will nicht. Hi. Dann können wir eigentlich rausgehen. Hi. Und hier habe ich mal noch ein Lönchen. Dankeschön. Da haben wir noch ein bisschen zum Einsammeln. Das machen wir auch. Und schauen uns mal ein bisschen... Dank der Kamerasteuerung ein bisschen weiter um. Da vorne ist noch was. Tschüss. Okay, da brauchen wir vielleicht Cranky. Rot. Ah. Okay, da tauchen noch die Lila Münzen auf. Gelbe. Und da haben wir das. Kommen wir da so hoch. Uns ganz hier vorne hinstellen und dann... Jo. Bestimmt, da waren Wobst, ne? Öffnet das Tor. Oh, nice. Ah, guck. Da waren so... Swing Ropes. Und wir hätten dran gehen können. Oh, er geht. So. Das ist Lila. Ah. Ah, ist... Ja. Aua. Wir wollen nochmal drei. Und wir gehen mal... Jetzt mit Didi rein, dann können wir mit... Donkey rein. Perfekt. Another of my Potion, Didi. Just fünf Coins. Jo, gib her. So, of that's... Rocket Barrel Boost. Ah, okay. Jetzt kriegen wir das Rocket Barrel Boost. Und to jump to... Ja, das ist das eine Fass, was da halt in dieser Luft war. Okay. Denkt eher... Okay. Und wir... Da brauchen wir halt diese Crystals. And one to hover. To fire... Ah, okay. Wir können auf jeden Fall feiern. Ah, okay. Okay. Die Steuerung wird, glaube ich, noch ein bisschen... Hakeln am Anfang mit uns. Aber das kriegen wir auch hin. Ah, guck mal, da ist sie. Wir werden mal auf jeden Fall gleich spielen. Um mal ein bisschen einzusammeln. Okay, Kong. Na, gib her. Strong Kong. Okay. Willen wir dann stärker jetzt, oder? Jump into this, okay. Auch wieder in so ein richtiges Fass reinspringen und dann halt diese Crystalle einsammeln. Jetzt müssten wir so ein Crystallmenü haben. Da haben wir es doch. Ich würde mal... ...safen wollen. Okay. Sie brauchen wir noch nicht, aber... ...wahr ja nicht ein... Da, eins, zwei. Oh, die Sonne, ne? Vorsichtig. Jetzt holen wir uns noch. Ich hab doch... Da ist nämlich das Problem. Oben, unten und sowas. Das ist total nervig. Oben und links spinnen ein wenig. Zehn. Komm her. 20. Und das wird halt immer das Verhängnis bleiben bei uns. Ich hab noch keine drei gehabt. Oh mein Gott. Aua. Äh. 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 Zurück. Aua. Wir könnten Tiny, ist das, ne? No, Tiny Kong. Ah, mein Freund. Hello Tiny. Yeah. 5 goldmans for you to find in... Okay. Okay. Schön. Aua. Ich glaub, wenn wir quergelaufen werden, dann wären wir dort angekommen. Aua. Wir haben ne ganze Melone verloren. Nur für diesen... Aua. Ein bisschen mehr als Melone. Für den Weg. Lila Boy. Blue Wind. Das ist auf jeden Fall, wo wir es hinbringen müssen. Oh, guck mal. Da war doch jemand. Ein neues Gesicht. Schauen wir uns, dass wir mal ein paar Melone uns holen. Ah, das haben wir schon. Wie kommt man denn da am schlausten hin, immer? Ah, so. Eins. Aua. Schnell zurück. Hallöchen. 3. Das fehlt uns wieder ein Coinfilm. Den kriegen wir aber aus dem Ding, ne? Ja, natürlich. Saxophon. D-D-D-D-D-D-D. Bam. Nice. Ja, das können wir ja auch. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. So, aber ich habe gerade auch vorgesehen, heute mal eine etwas längere Folge. Deswegen würde ich sagen, ich speichere hier noch einmal ab. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal von Donkey Kong 64 und bis dahin. Tschüss.